So, meine Damen und Herren, meine Fans da draußen, jetzt kommt mal ein Lied persönlich über mich selbst, das mich jeder mal ein bisschen besser kennenlernt und endlich mal diese ganzen Vorurteile fallen lässt. Ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch, genauso wie du jetzt dann. Hinten schauen wir gleich aus und vorne passen wir vielleicht zusammen. Aber im Kopf da drinnen, da habe ich viel, viel mehr. Denn ich weiß, was du nicht weißt, Tage jetzt vorher. Ich bin ein Mann, 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 mit 61 Jahren hier. Ich bin vielleicht schon weiß geworden dann, doch das ist das Alter hier. Im Herz da drinnen, da bin ich noch jung, geblieben dann für euch. Ich hab mein Leben, ganz egal wie's kommt, einfach noch nicht bereut. Ich bin da wieder hier, aus Oberfranken, hey, für euch mal dann. Mit 58, mit 58, da fing ich nochmal an. Musik zu machen, Musik zu singen und schlagen der ganzen Welt. Musik zu machen, es macht viel Spaß, es macht viel Freude. Und dann für euch da draußen zu stehen und meine Lieder für euch zu singen. Musik zu machen, hey, das muss weitergehen. Ich hab schon was im Petto hier, ich weiß nur noch nicht wie. Aber wir sehen uns bald da draußen wieder, das verspreche ich hier. Musik zu machen, ich bin der Peter hier, aus Oberfranken, dann. Musik zu machen, ich bin der Peter hier, aus Oberfranken, dann. Musik zu machen, ich bin der Peter hier, aus Oberfranken, dann. Für mich da gibt es hier, keine Schranken, dann. Man hält mich auch nicht auf, dann hier, denn ich mache, was ich will hier. Musik zu machen, ich bin der Peter hier, aus Oberfranken, dann. Ich bin der Peter, aus Oberfranken, dann. Ich singe meine Lieder, dann. Musik zu machen, die kommen aus dem Herzen hier. Musik zu machen, ich bin der Peter, aus Oberfranken, dann. und singen meine Lieder hier, für euch dann, für euch hier, für euch dann, in der Welt, da draußen, dann. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und vielleicht könnt ihr mich jetzt auch ein bisschen besser verstehen.